Hi, ich bin Leo und im heutigen Video geht es darum, was ich als Camera Operator immer an mir trage. Viel Spaß! Kurz vorweg, ich habe mein Set um mich herum noch nicht so lange, weil ich meistens ganz viele Hüte auf hatte, teilweise dann auch Regie und Kamera, was man meiner Meinung nach auf gar keinen Fall kombinieren sollte. Deswegen hatte ich da immer ganz viele Sachen, die ich eigentlich an mir haben sollte und hatte dann einfach gesagt, okay gut, ich habe nichts an mir, habe alles auf dem Tisch liegen. Das ist kein Problem, wenn man zu dritt dreht. Wenn man aber mit zehn Mann am Set ist, braucht man die Sachen direkt an sich dran. Ich habe auch jetzt fast alle Sachen, die ich bei meiner letzten Freundin an mir hatte, an mir. Das Ganze seht ihr nur nicht in dieser Einstellung, aber dafür in dieser Einstellung. Hier seht ihr mich nämlich komplett mit einem bisschen Set um mich herum. Das Wichtige ist die Hose. Das ist eine lange Hose, einfach weil lange Hosen deutlich bessere Hosentaschen haben. Mädels haben da einfach ein bisschen Pech oder sie müssen sich halt mal intensiv nach einer Hose suchen mit großen Hosentaschen, weil bei mir befindet sich alles in den Hosentaschen. Fangen wir vorne rechts an. Da haben wir meinen Audio-Rekorder, weil irgendwo muss ich jetzt Audio aufzeichnen. Den tun wir mal hier rüber. Der Audio-Rekorder ist da sonst nicht, der ist halt nur heute wegen dem Video hier. Dann haben wir mein Handy, das ist das Honor 10. Darüber habe ich schon mal ein bisschen in dem Video geredet. Dann haben wir hier drin ein Lens-Cleaning-Pen. Der hat auf der einen Seite einen Pinsel, mit dem man einfach so Sachen abpinseln kann, von Staub befreien. Und auf der anderen Seite, ich weiß nicht genau was das ist, ich glaube eine Art Filz. Mit der kann ich Monitore oder Filter oder was auch immer ein bisschen von Fingerabdrucken befreien. Sehr, sehr praktisch das Ding einfach an sich zu haben. Dann haben wir in dieser kleinen Tasche, hier in der Tasche, ich glaube das nennt sich Münzfach. Einmal eine 5-Cent-Münze, einfach nur um Gewindeschrauben besser fest und lose machen zu können. Habe ich übrigens in jeder meiner Hose, weil man braucht immer irgendwas und das ist praktisch einfach das da zu haben. Ich wasche es damit nicht, aber mittlerweile bin ich da so schlau, dass wenn ich das in die Wäsche gebe, dass ich das raus mache. Dann haben wir außerdem noch eine SD-Karte da drin. Einfach damit, falls die SD-Karte voll wird, können wir einfach sagen, okay gut, wir müssen nicht groß unterbrechen. Ich habe hier direkt eine, wir müssen nicht irgendwie suchen, zur Kameratasche laufen, sondern wir können einfach alte raus, neue rein und weiter drehen. Wandern wir rum, haben wir theoretisch hier, das haben wir jetzt leider nicht, weil ich das komplett kaputt gemacht habe beim letzten Dreh und hier finde ich extra noch mal was, der so ein Ding erstellen wollte. Ein kleines Screenplay und ein kleines Shotboard. Auf DIN A5 ausgedruckt, auf ein bisschen dickerem Papier, gelocht, schnurrt rum, an eine Klammer hier dran geklemmt. So kann ich nämlich einfach gucken, okay gut, wir drehen jetzt Szene 15, welche Einstellung wollte ich da machen und kann einfach anhand dessen deutlich schneller agieren, weil ich dann nicht immer so, oh, sag mir noch mal ganz kurz, was in der Szene passiert, sondern ich kann halt hier direkt gucken, was da drin passiert. Wandern wir weiter rum, haben wir hier hinten in meiner rechten Arschtasche Tontees. Darüber habe ich ein Video gemacht, deswegen gehe ich da drauf jetzt nicht weiter ein. Die sind mittlerweile ein bisschen bunter, weil ich sehr schönes Pultbeschriftungsband gekauft habe. Link dazu ist unten in der Videobeschreibung. Dann haben wir da noch eine kleine Taschenlampe. Die habe ich dabei, weil man doch dann das eine oder andere Mal was braucht. Beispielsweise man hat eine Szene ausgeleuchtet, aber die Filmklappe ist irgendwie nicht in diesem Licht. Warum auch immer, kann man einfach hier schnell rausholen, auf die Klappe draufleuchten und man hat die hell. Super ist es auch, wenn man im Dunkeln dreht und kurz irgendwie was in der Kameratasche suchen muss. Kann man anmachen, ruhlschacken und dann einfach so kurz in der Kameratasche wühlen. Wandern wir jetzt rum zur Seite, die ihr nicht sehen könnt, aber ich hole es raus, haben wir hier einmal meine drei Stifte. Das sind drei unterschiedliche Farben, weil ich mag es bunt zu arbeiten. Die sind hier mit Isolierband umklebt, weil wir bestimmt fünf Sets davon am Set rumfliegen haben. Unterschiedliche Leute haben einfach unterschiedliche Farben. Bei mir ist es schwarz, weil Kameradepartement bei uns schwarz ist. Dann haben wir hier hinten noch meine Graukarte, auch schon vielfach erwähnt. Ist einfach super praktisch, um ganz schnell in Beißerbleich zu schießen. So spart man sich in der Postproduktion dann doch pro Shot irgendwie 30 Sekunden, aber bei 100 Shots summiert sich das dann hoch zu einer halben Stunde. Dann haben wir hier an der Seite so kleine Pins. Die gibt es in den Bastelläden, die gibt es im Baumarkt. Einfach super praktisch zu haben. Egal, ob man jetzt irgendwie ein Licht modifizieren will mit Blackrap oder einer Farbfolie oder einfach nur ein Stück Kleidung von einem Darsteller ein bisschen enger anliegen lassen will und das dann einfach so jetzt an der Seite ist natürlich doof, aber hinten zusammen macht, damit es ein bisschen enger ansetzt. Super praktisch, trage ich immer zwei, drei einfach hier so an meinem Gürtelhalter, keine Ahnung. Dann wieder den Rekorder auf die andere Seite. Dann haben wir vorne rechts, das ist eigentlich so meine vollste Tasche, aber die ist eigentlich gar nicht voller, sie fühlt sich nur deutlich voller an. Dann haben wir einmal einen Akku, der ist abgeklebt, um zu zeigen, dass er voll ist. Wenn wir ihn benutzen, wird er einfach entklebt, das Ding kommt hinten drauf und der Akku wandert in die Kamera. So weiß man immer, ist ein Akku voll oder ist ein Akku leer. Bei den SD-Karten machen wir das genauso, wenn eine SD-Karte voll ist, kommt ein Streifen Gaffer drüber, wird beschriftet mit der SD-Karten-Nummer. So weiß ich direkt im Schnitt, okay, gut, das ist die erste SD-Karte von dem Tag, das die zweite und das die dritte. Dann haben wir hier noch drin mein Leatherman, jeder sollte ein Leatherman oder ein beliebiges Multitool haben. Ich mag meinen Leatherman einfach nur unglaublich gut, weil der eine super, super Qualität hat. Das Messer ist nach zweieinhalb Jahren bei mir immer noch brutal scharf. Multitool ist eigentlich ein Muss für jeden Filmemacher, egal ob ihr jetzt Kamera macht, Gaffert. Als Regie braucht man es vielleicht nicht so unbedingt. Dann haben wir hier drin meinen Geldbeutel, der ist recht klein und unspektakulär, deswegen gehe ich da jetzt nicht weiter drauf ein. Und zu guter Letzt, das wohnt bei mir auch in jeder Hose, ein Brillen- bzw. Glasreinigungstuch. Das hier muss mal wieder in die Wäsche, das ist recht dreckig. Geht zusammen mit dem Glanzcleaning-Stift. Ist einfach praktisch zu haben, vor allen Dingen auch so im Alltag. Ich trage immer Sonnenbrille, kann ich kurz meine Sonnenbrille putzen oder in meinen Praktika hat jemand kurz irgendwas, hat jemand kurz ein Tuch, um die Kamera sauber zu machen, kann ich sagen, hier zack, bumm, habe ich eins. Rettet einen das ein oder andere Mal nicht den Tag, aber zumindest ist es die Laune. Aber das war es mit dem, was ich so am Set an mir trage. Ich hoffe, ich konnte euch da jetzt einen guten Einblick geben. Falls ihr noch Fragen habt, gerne damit unten in die Kommentare. Aber das war es mit diesem Video. Bis zum nächsten Mal. Bloodcrash und ciao. Und ich muss jetzt irgendwie gucken, dass ich dieses Video noch heute online bekomme, weil es ist gerade 8 Uhr abends. Eigentlich sollte ein Video über die G7 kommen, aber dafür reicht meine Zeit nicht, weil das B-Roll dann doch irgendwie deutlich mehr war, als ich dachte. Das kommt dann einfach nächste Woche. Ja, das war es. Tschüss.